Seitdem ich meine Videos zu dem Wireless CarPlay System gemacht habe, kriege ich immer wieder Fragen gestellt, ob man mit CarPlay auch YouTube und Netflix im Auto sich ansehen kann. Die kurze Antwort heißt Nein, denn wenn du hier dir die Apps anschaust, die da möglich sind, ist definitiv YouTube nicht dabei. Du kannst zwar YouTube auf dem Wireless CarPlay hören, dir aber nicht ansehen. Leider auch nicht in dem Brave Browser, obwohl es hier quasi Playlists gibt und du dann YouTube Videos tatsächlich auch hier starten könntest. Allerdings ist es auch nur Audio und kein Video, sodass du hier definitiv ein anderes Gerät brauchst, um YouTube im Auto schauen zu können. Und das ist dieses Carlin Kit. Das ist eine Android Box. Da ist ein vollwertiges Android System mit verbaut. Dazu habe ich ein detailliertes Video bereits gemacht. Das verlinke ich dir hier irgendwo in der Karte. Aber ich zeige dir mal ganz kurz nur, wie das Ganze dann funktionieren würde. Ich stecke mal jetzt mein System hier raus. Das ist das Carlin Kit Mini und stecke die Box hier mal wieder ein. So, jetzt warten wir, bis sie hochgebootet hat. So, jetzt startet sie. Und wenn sie hochgefahren ist, sieht das Ganze so aus. Das ist ein vollwertiges Android System, mit dem du dann auch YouTube im Auto sehen kannst. Hier ist YouTube Music, hier ist YouTube. In diesem Video zeige ich dir also die neue Carlin Kit AI Box, mit dem dank einem eigenständigen Android 9 System die Grenzen von CarPlay und Google Auto du umgehen kannst. Und beispielsweise YouTube oder Netflix im Auto dir ansehen kannst. Und das Ganze ohne etwas an deiner Fahrzeugelektronik verändern zu müssen. Die Installation ist wirklich super einfach. Die Installation ist zudem jederzeit und schnell, vor allem wieder spurlos zu entfernen. Wenn du also zum kabelgebundenen CarPlay zurückkehren möchtest, musst du den Dongle einfach nur wieder abziehen und dein iPhone über das Lightning Kabel wieder an deinem System anschließen. Schon ist das wieder beim Alten. Das Carlin Kit Android Dongle verändert also nichts dauerhaft an dem CarPlay Ports von deinem Auto. In der Box befindet sich ein vollständiges Android 9 System. Mit einem USB-A oder USB-C Kabel verbindest du das Dongle mit deinem vorhandenen USB Port von deinem Autoradio. Der Carlin Kit Dongle übernimmt dann dein vorhandenes CarPlay Display und ersetzt es durch sein eigenständiges Android 9 Betriebssystem. Sobald die Android Oberfläche auf deinem CarPlay Display läuft, kannst du die eingebauten Android Apps wie YouTube, Netflix oder Google Maps nutzen. Der Adapter kann sogar mit einer SIM-Karte ausgestattet werden und lässt sich somit auch komplett ohne ein Smartphone benutzen. Statt der SIM-Karte kannst du es natürlich auch mit dem Hotspot von deinem Handy verbinden. Einmal mit dem Internet verbunden, sei es über den Hotspot, WLAN oder eben SIM-Karte, kannst du darauf deine Lieblings-Apps und Dienste aus dem Google Play Store herunterladen und sie auf deinem CarPlay Display laufen lassen. Ja und dazu gehören eben auch Netflix und Amazon Prime und YouTube und natürlich um die Videos während der Fahrt nicht anzusehen, aber bei öfteren Wartezeiten im Auto ist es definitiv oder durchaus eine sehr sinnvolle Sache. Das Dongle verfügt bereits über 64 GB Onboard-Speicher. Da passt schon einiges drauf, aber wenn du den Speicher noch weiter erweitern möchtest, dann kannst du eine SD-Karte hier einstecken und den Speicher auf bis zu 128 GB erweitern. Über den eigenen Media Player oder über die mitgelieferte VC Android App kannst du dann ganz einfach auf diese Speichermedien zugreifen und über den VC Player die meisten gängigen Medienformate abspielen. Dieser Dongle bietet zusätzlich zum nativen Android auch ein kabelloses Apple CarPlay und kabelloses Android Auto in der eingebauten Auto-Kit-Anwendung an. Du verbindest dich zunächst über Bluetooth mit dem Android Dongle und sobald er über Bluetooth gekoppelt ist, fragt dein iPhone, ob du ihn für CarPlay nutzen möchtest oder nicht. Nachdem du diese Anfrage zugestimmt hast, wirst du auf das CarPlay-Dashboard von dem Dongle weitergeleitet, ohne dass du irgendwelche Kabel irgendwo anschließen musst. Im Android-Menü von dem Dongle kannst du dann anschließend wählen, welche App standardmäßig beim Einschalten des Dongles starten soll. Also sprich, wenn du den Schlüssel umdrehst. Das kann zum Beispiel Auto-Kit sein, um CarPlay sofort und automatisch zu starten, wenn du ins Fahrzeug steigst. Du kannst auch einstellen, ob der Google Assistant oder Siri über Auto-Kit auf deine Telefontaste im Auto reagieren soll. Das CarLink-Kit Android Dongle kannst du ganz normal in einem deutschen Amazon-Store kaufen. Sollte es also irgendwelche Kompatibilitätsprobleme geben, kannst du ihn ganz einfach wieder zurückgeben. Mit meinem Gutscheincode unten in der Beschreibung des Videos sparst du beim Kauf von der Box 20 Euro. Den Link zum Produkt und dem Gutscheincode habe ich dir in der Beschreibung des Videos verlinkt.